Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video vom Automagazin TuningBlog, in dem wir euch den beeindruckenden Zika X vorstellen. Ein Elektroluxus in der Kompaktklasse, der viele Autoliebhaber begeistern dürfte. Der Zika X ist ein auf Luxus getrimmtes Kompakt-SUV, das zu einem attraktiven Einstiegspreis von rund 45.000 Euro erhältlich ist. Mit seiner eleganten Erscheinung und hochmoderner Ausstattung setzt er neue Maßstäbe im Segment der Elektro-SUVs. Der Zika X bietet eine bemerkenswerte elektrische Reichweite von 440 Kilometern, was ihn sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für längere Fahrten zu einer ausgezeichneten Wahl macht. Angetrieben wird der Zika X entweder von einem 200 Kilowatt starken Motor mit 272 PS oder von einer leistungsstärkeren Variante mit 315 Kilowatt und beeindruckenden 428 PS. Diese kraftvollen Antriebsoptionen sorgen nicht nur für dynamische Fahrleistungen, sondern auch für ein beeindruckendes Drehmoment, das eine schnelle Beschleunigung und eine angenehme Fahrdynamik gewährleistet. Zika ist eine brandneue Marke auf dem deutschen Automobilmarkt. Obwohl der Zika 001 bereits für Aufsehen sorgte, haben die Firmenchefs von Zika nicht nachgelassen und präsentieren nun den Zika X als zweites Modell, das 2023 auf den Markt kam und seit 2024 auch bei uns erhältlich ist. Zika gehört zum chinesischen Geely-Konzern, einem etablierten Player in der Automobilbranche. In China hält Geely beeindruckende 4% der Marktanteile für Elektroautos, was fast so viel ist wie Volkswagen, das dort 5% des Marktes bedient. Geely verfügt über ausreichend finanzielle Mittel für Investitionen kombiniert mit starkem Expansionsgeist und der nötigen Ausdauer, um seine Position weiter auszubauen. Die Verkaufsstrategie von Geely ähnelt der von Volkswagen, in dem mehrere Modelle auf denselben technischen Plattformen unter verschiedenen Markennamen angeboten werden. Ähnlich wie Skoda, Seat und teilweise Audi nutzen auch Marken wie Volvo, Polestar, Link, Smart, Lotus und eben Zika gemeinsame technische Grundlagen. Dies erklärt, warum der Zika X optische Ähnlichkeiten mit dem Volvo EX30 und dem Smart 3 aufweist. Die elektrischen Antriebe und Batterien sind nahezu identisch, was die Produktionskosten senkt. Dennoch unterscheidet sich der Zika X durch sein einzigartiges Design und die sorgfältig ausgewählten Materialien deutlich von seinen Verwandten, wodurch eine individuelle und unverwechselbare Optik entsteht. Die Entwicklungsabteilung hat sich intensiv mit dem Design und der Materialauswahl beschäftigt, sodass der Innenraum wie eine andere Welt wirkt. Geschmeidige Sitze, hochwertige Oberflächen und eine harmonische, durchdachte Gesamtgestaltung, lassen den Zika X absolut luxuriös erscheinen. Es ist daher keineswegs übertrieben, wenn der Zika X in der Presse als kompakter Luxus-SUV bezeichnet wird, denn diese Aura von Luxus und gehobenem Anspruch ist zweifellos spürbar. Die Ausstattung des Zika X lässt wirklich keine Wünsche offen. Zu den besonderen Highlights gehören ein Head-Up-Display mit Augmented Reality-Funktion, ein ultraschnelles 5G-Infotainment-System, Massagesitze für höchsten Komfort, Gästensteuerung der Audio-Funktionen, ein praktischer Einpark-Assistent sowie ein Yamaha Surround-Sound-System mit 13 Lautsprechern, das ein beeindruckendes Klangerlebnis bietet. Weitere Features umfassen eine Fahrzeugüberwachung im Stand mittels Video, eine in die Klimaregelung integrierte Wärmepumpe, 7 Airbags für zusätzliche Sicherheit und eine Vielzahl an Assistenzsystemen wie Adaptive Cruise Control, Highway Assist sowie Kollisions- und Querverkehrswarnungen vorne und hinten. All diese Details machen den Zika X zu einem technisch fortschrittlichen und äußerst komfortablen Fahrzeug, das in puncto Sicherheit und Bequemlichkeit neue Maßstäbe setzt. Auch technologisch bleibt der Zika X auf dem neuesten Stand, dank Over-the-Air-Software-Updates, die kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen ermöglichen. Ein Konzept, das Tesla bereits erfolgreich etabliert hat. Die Einstiegsversion des Zika X ist ab etwa 45.000 Euro erhältlich und bietet ein umfangreiches Luxuspaket. Mit einer Länge von 4,3 Metern bietet das Fahrzeug großzügigen Platz und die 200 Kilowatt starken 272 PS sorgen für eine dynamische Fahrleistung. Der Heckantrieb ermöglicht eine rennstreckentaugliche Fahrdynamik, während die elektrische Reichweite von 440 Kilometern zuverlässige Mobilität verspricht. Auch das Laden des Zika X ist unkompliziert. Mit dem eingebauten 22 Kilowatt Wechselstrom-Ladegerät lässt sich die Batterie in etwa vier Stunden vollständig aufladen. Für Langstreckenfahrer, die oft auf Autobahnen unterwegs sind, bietet die Möglichkeit, an High-Power-Säulen mit bis zu 150 Kilowatt Ladeleistung schnell aufzuladen, eine praktische Lösung. Zwar ist diese Ladeleistung nicht außergewöhnlich hoch, doch in dieser Fahrzeugklasse durchaus solide und alltagstauglich. Für alle, die noch mehr Leistung und Allradantrieb wünschen, bietet Zika die Top-Version des Zika X an. Diese kostet auf 5.000 Euro mehr und verfügt über zwei Elektromotoren, die eine Gesamtleistung von 315 Kilowatt und 24 PS liefern. Obwohl die Akkukapazität mit 69 Kilowatt-Ah unverändert bleibt, reduziert sich die elektrische Reichweite in dieser Variante auf 400 Kilometer. Beide Versionen des Zika X sind auf eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern begrenzt und bieten mit einem Kofferraumvolumen von 362 Litern ausreichend Stauraum. Außerdem können beide Modelle Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 1,6 Tonnen gebremst ziehen, was sie besonders vielseitig und praktisch macht. Die Batterie des Zika X basiert auf NMC-Zellen Nickel-Mangan-Cobalt des renommierten Herstellers Cat-L. Zika bietet auf die Batterie eine Garantie von 8 Jahren oder 200.000 Kilometern, was den Käufern ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Batterietechnologie vermittelt. Diese großzügige Garantie zeigt das Selbstbewusstsein von Zika in die Qualität und Langlebigkeit ihres Produkts. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Zika X ein herausragender Vertreter des Elektroluxus in der Kompaktklasse ist. Mit seiner beeindruckenden Reichweite, der kraftvollen Motorisierung, der erstklassigen Ausstattung und den innovativen technischen Features überzeugt er sowohl in puncto Komfort als auch Leistung. Die perfekte Verbindung aus luxuriösem Design und fortschrittlicher Technologie macht den Zika X zu einer hervorragenden Wahl für alle, die ein stilvolles und leistungsfähiges Elektro-SUV suchen. Waren die Infos zum Zika X hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da! Zika X hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da! Zika X hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da! Zika X hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da! Zika X hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da! Zika X hilfreich? Dann lass bitte ein Abo da!